Yo, hallo Leute, hier ist euer TUXLLP. Ich möchte euch nur einen Vlog zeigen. Werde nicht lange das Video. Ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt in einen Kurs. Ich muss zum Arbeiten anfangen, bei den Leuten meine Videos zu sehen. Es tut mir leid, dass ich gerade keine Videos mehr gemacht habe, aber ich werde es machen. Irgendwann gibt es noch GTA, bei Xbox. Ich hoffe, wie weiß einer von euch, wie man Xbox Live erstellt. Weil bei mir hat es nämlich Probleme. Das kann ich nur gleich sagen. Morgen hat das, was ich vorgehabt habe, ich zeige mir nicht den Raum her, wo ich jetzt gerade im Kurs bin. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt da einen Aufruf vergeben muss oder so. Nur wenn ihr wollt. Maru, kann ich gleich machen. Nur kurz vorgewandt. Ich weiß noch eins, es ist nämlich eines, es sind Leute und da bin ich mir sicher, sie wollen sicher nicht, dass sie einer mitfilmen. Deswegen gilt auf eigenes Recht und deswegen wir nur so schauen, dass die nicht drauf sind. Okay, los. Wir gehen nur mal rum. Das sind unsere Plakate. Ja. Andere Sachen sage ich jetzt nicht. Ja, das habe ich gestern im Kurs gemacht. Wenn ich es auch so verschoben sieht, dann sagt es mir, ich habe ja nur vor, dass ich es auch herzeige. Ja, Schaufenster. Da, da unten habe ich gleich das aufgeschrieben, wie man mich auf Gmail kriegt. Das hier. Ja. Das hier. Ja. Das ist groß am Linz. Ja. Spaß. Wollte ich euch eigentlich nichts sagen. Man will Spaß. Ja. Äh. Dann sage ich mal, äh. Wenn ihr, äh. Vielleicht, vielleicht wollen, welche, äh. Vlogs sehen. Äh. Welche vielleicht Displays und so Zeugs. Äh. 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 Ich sage, ich sage nur, äh. Gebt mir, gibt mir sonst einfach einen Daumen hoch, wenn es euch wirklich gefällt. Wenn nicht, dann halt nicht. Äh. Aber ich würde, ich würde mich schon, schon freuen. Vielen Dank beim, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschau Leute. Das ist schon mal drauf. Ich sehe. Ich sehe. Wir sind sehen.